Ein Ford Ranger mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 10,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.